So, da ist auf jeden Fall mal nix. Nein. Also nicht ein Triangel-Schalter, sondern eine Triangel-Musik-Dingens. Komm, ich spiel mal schnell. Ist eigentlich schon praktisch, weil dann sind zumindest die ganzen Gegner immer weg. So, der Gegner ist Geschichte. Wunderbar. Vielleicht auch da drüben oder so. Ne, da sind nur Lenky-Ballon-Dinger. Ne, also da ist... ok. Da ist auf jeden Fall nix. Ja, ich habe keine Ahnung. Weißt du was, dann gucken wir noch mal kurz zurück zum Leuchtturm. Wo ist denn der jetzt? Bei Nummer 3 oder Nummer 2? Nummer 3 müsste das sein. Also Nummer 4 da drüben, oder? Du, 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 du. Also es ist Nummer 5. Wo kommen wir da noch mal hin? Nummer 4 war das ja gerade eben. Ja, genau da wollte ich eigentlich her. So. Also auf jeden Fall nen Donkey-Schalter. Ähm. Das ist auch ein Donkey-Drück-Dingens. Teleporter Nummer 1. Didi. Teleporter Nummer 5. Komm, wir klettern jetzt nochmal auf das Schiff, weil vielleicht ist er auf der Vorderseite des Schiffs noch irgendwas, was ich irgendwie übersehen habe. Alter, aber wo könnte da sonst noch etwas sein? Wie gesagt, ich vermute am ehesten müsste irgendwo so ein Triangel-Schalter sein. Also ne Triangel-Platte, wo wir Triangel spielen können. Was ist denn da drüben eigentlich? Hm. Dem sollte man vielleicht auch mal einen Besuch abstatten. So, am Schiff sind wir wieder gut. Da vorne ist nichts zum kaputt hauen. Klettern wir... Danke, liebe Kamera. Klettern wir mal kurz auf dem... Alter, komm. Boah, das Schiff, das sich hier bewegt, das stresst den N64 so stark, dass wir fast... 5 Frames, die wir noch haben pro Sekunde. Okay, ne, komm, da ist nichts mehr. Was ist jetzt da drüben? Oh, ah, oi. Ah, gucke, gucke mal. Na, siehste. Ich wusste es doch. Ich wusste es. Ach, verdammt. Wie doof ist das denn jetzt bitte? Nur das Problem, dass ich hier wahrscheinlich eher mit dem Teleporter fahren soll, ja. Da komme ich jetzt natürlich nicht hoch. Das ist ja toll. Moment. Drehen wir das Wasser wieder nach oben, bitte. So. Na? Schafft ihr das mit 10 Frames per Second auch? Ich weiß ja nicht. So, 5er Teleporter. Boah, wie peinlich ist das denn bitte? Ich habe den einfach nicht gesehen. Und hat man da jetzt die, 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 die Blaupause noch? Hat Didi seine Blaupause noch nicht? Ernsthaft? So, schnell. Ja, komm. Gemütlich dahin. Schippern bringt dir hier nichts. Das muss hier ein bisschen, ähm, angasen. So, Moment. Stopp. Und nach unten. Nein! Schnell rein, rein, rein. Oh, Gott sei Dank. Dass das immer alles so knapp sein muss heute. Oh. So, ein paar Lanky-Münzen. Jetzt dachte ich schon mal, warum nimmt der den? Ah, wir sind in der Schatzkammer. Ach, wie schön. Komm, wir nehmen das Ding gleich mal mit, ja? Frompf. Ein weiteres Bonus-Game. Ach, Bananen-Bandit. Ja, toll. Ist okay. Kreisch, wenn du vier Bananen auf die Reihe bekommst, kriegst du ein Jackpot. Ja, ah und so. Und ich muss dreimal hitten. Okay, das kann der Schatz noch. Hui. Oh. Wow. Ich muss, glaub ich, jetzt hier wirklich ein bisschen schneller tun. Ja gut, ich mein, drei Hits sind eigentlich zu schaffen. Es ist nur, die Slots sind ein bisschen schneller, jetzt hab ich das Gefühl. Nein, verdammt. Das ist, das ist eine andere Reihenfolge. Die Slots sind in einer anderen Reihenfolge. Das ist ja fies. So. Genau, weil normalerweise hätte ich mir hier erwartet, dass hier eine... So, komm. Einmal schaffen wir noch. Das muss jetzt zwar etwas schneller gehen. Aber es geht eh massiv schnell. Ja. Nein. Verdammt, 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 verdammt. Ja, komm, nochmal. Wir sollen uns nur nicht vergeigen, dann ist das kein Problem. Willkommen zum Bonus-Day. Ja, Bananenpatit, ich kenn das Minispiel. Danke, liebe Spiel, du musst mir das nicht erklären. So, schnell, komm. Tralalala. Ich hab genau 15 Sekunden für jede Walzendingens Zeit. Also für jede Reihung. Go. So, zack, zack. Das fiese ist, jetzt wird's nämlich hier eigentlich auch schneller. So, super. Next one. Zack. 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 Ich glaube auch, dass sich die Motive auch irgendwie verändern, die hier drauf sind. So. Let's come. Nein, 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 nein. Verdammt. Fast, ja. So. Einmal. Zweimal. Nach der Kokosnuss. So, und danach der Ananas. Juhu. Gott sei Dank. Gerade so geschafft. Okay. Also da haben wir uns wirklich jetzt merken müssen, weil sonst wäre das etwas schwierig geworden. So, gut. Ja, stimmt. Didi hat wirklich noch seine Blaupause noch nicht. So, und jetzt müssen wir nur mal gucken. Junkie. Moment. Junkie fehlen noch 10 Bananen. Wo hat der noch 10 fehlende Bananen? Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt fix damit gerechnet, dass die hier drinnen irgendwo sind. diese viele Enten sind Bananen. Aber offensichtlich. Moment, wir stellen uns mal kurz in die Ecke und gucken uns ja etwas um. Naja. Offensichtlich sind ja keine Bananen. Das ist ja spannend. Fliegt sicher noch irgendwo so ein blöder Ballon herum. Den wir wahrscheinlich niemals finden werden. Ja, toll. Na ja. Auf jeden Fall kommen wir wechseln zu Didi. Damit wir gleich mal Didis Blaupause holen. und immer schön achten, ob wir nicht irgendwo einen grünen Ballon noch sehen. Ja, das wäre natürlich bitter, wenn wir jetzt alles hätten, bis auf einen grünen Ballon, der uns doch abgeht. Ja, weil wir... Naja, Junkie. Weil Junkie eben noch einen Ballon irgendwo fehlend hat. Ich gucke mich hier um. Aber ich glaube, den sehe ich ja erst ganz, wenn ich ganz nah bin. Oder wie ist das mit den Ballons? Sehe ich die ganz nah oder muss ich da lange warten? Ich habe keine Ahnung. So. Wo war jetzt das, was ich verpasst habe? War das da drüben irgendwo, oder? Habe ich da glatt so eine Nische verpasst? Ach, guck mal. Das ist unter... Das ist jetzt unter Wasser. Das ist jetzt doof. Will ich das so machen überhaupt? Komm, wir können das Wasser eigentlich ruhig ablassen. Ich meine, ich will jetzt nicht ablassend wirken oder so. Aber... Dann kann ich schöner kämpfen. Was zwar immer noch nichts daran ändert, dass mir immer noch 10 Bananen von Junkie fehlen. Und das stört mich schon etwas. Ja, danke Schiff, dass du mir einfach so mitten in meinem Blickfeld bist. Es wäre schön, wenn die hier wären. So, komm. Gehen da. Tada. Ähm. Nimmst du dir das Blaupause? Bitte. Danke. So, das sind auf jeden Fall Tiny's. Die letzten 10 Bananen für Tiny. Ähm. Ja, für Junkie fehlen sie immer noch. Wo könnten Junkies Bananen sein? Wahrscheinlich eh ganz einfach und offensichtlich hier irgendwo versteckt, wo wir einfach hingucken müssen. So ein blöder Ballon, der einfach hier irgendwo herumfliegt. Wahrscheinlich, weißt du was? Ich muss wahrscheinlich mit Junkie hier auf das Schiff aufs Krennest drauf und dann einfach herumfliegen und wahrscheinlich da oben oder irgendwo. Ja. Bin ich mir fast sicher. Krass, probieren wir jetzt auch. Jetzt geben wir für die mal schnell eine Blaupause ab, dass die Geschichte erledigt ist, sofern ich da... Na toll, jetzt kann ich da mit niedrigem Wasserstand gar nicht hoch, oder wie? Nein! Gut, dann Wasserstand wieder in die Höhe ist okay. Ne, wobei, Moment, jetzt holen wir uns zuerst Tiny. Und schießen dann mal bei niedrigem Wasserstand hier den einen Ballon ab, weil dann können wir nämlich nur bei niedrigem Wasserstand abschießen. Tiny! Dann haben wir den zumindest. Und ich hoffe, dass meine Vermutung richtig ist, dass ich mit Junkie hier mit dem Boot herumfahren muss und dann irgendwo durch Zufall so einen Ballon entdecke. Das wäre aber für mich die einzig logische Geschichte, weil alles andere wäre seltsam. So, komm. Feuer! Oh, hi! Könntest du bitte? Turbotot. Turbotot. So, genau. Aha! So, dann runter und Junkie holen. Oder Moment, zuerst drehen wir das Wasser wieder nach oben. Das Wasser wieder nach oben. Also, das ist der nach unten Schalter. Bitte wieder nach oben. Das wäre dann da. Und dann geben wir Didis Blaupause ab. Moment, wir holen Didi. Ja, Didi. Oder war hier... Boah. Irgendwo war doch mit Junkie auch noch so eine blöde Spur, wo ich mir gedacht habe, boah, Junkie, der arme, der hat überall seine Spuren von Bananen verteilt. Jetzt habe ich Junkie genommen. Ich wollte eigentlich Didi nehmen. Ich bin auch so... Ja, manchmal... Oder? Warte, jetzt gucken wir mal hier. Vielleicht hier, was hier rumfliegt. Ja, außer der... Das nervige Fass fliegt hier nix rum. Hallo Fass. Gut, komm. Fass brauchen wir eh. Didi! Weil, Didi, du hast noch eine Blaupause zum Abgeben. So. Kein da. Oh, saubere Arbeit. Und weißt du was? Ne, ich mache das jetzt mit dem Schiff noch schnell. Ich probiere es. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt oder nicht, aber ich probiere es. Oh, Banana. Schön. Für mich, dass du kommst. Gut, dann raus. So. Okay. Ei, 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 ei. Junkie. Junkie, du brauchst noch 10 Bananen. Ich habe keine Ahnung, wo genau, aber wir werden es herausfinden müssen. Weil ich glaube natürlich nicht, dass man am Schiff hier umsonst da raufklettern kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es umsonst ist. Ich meine, es ist zwar extrem frickelig, ja. Weil hier laggen mehr als vorprogrammiert ist. Aber komm, ist egal. Wir müssen schauen, dass wir das irgendwie schaffen. Vor allem, dass wir da jetzt auch runterkommen. Drehst du dich bitte? Ah, dreh. Toll. Also wir kommen zwar nach oben, aber irgendwie auch nicht richtig. So, und nach unten, und nach unten, und nach unten. Ich will doch nur hier runter. Alter, ernsthaft? Boah, da werde ich echt aggressiv bei sowas. Also da, das macht mich wirklich leicht aggressiv, was jetzt gerade wieder passiert ist. Spiel, das muss doch nicht sein, oder? Ich will nur hier, hier bitte rauf. Ja, verstehst du? Und dann sowas. Du lästige Schiff. Ja, und die Kamera mag natürlich auch wieder nicht mehr kommen. Komme ich hier überhaupt drüber? Müsste sich ja trotzdem ausgehen, ne? Ja, ging sich trotzdem aus. So, also wir versuchen es nochmal. Vielleicht muss ich ja B drücken. Ja, okay. Gut. So, und wir schauen durch. Das Schussdings durch. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo was finden. Irgendwo was finden. Nee. Irgendwie kann ich auch sehr weit schießen, sehe ich gerade. Ja, es geht echt gut, der Schieße zu mir. Also ich glaube ja, dass das irgendwie... ...falsch ist, was ich hier gerade mache. Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Gut, wir könnten aber eigentlich auch ganz einfach mit Didi herumfliegen und gucken, ob wir da irgendwas sehen. Ich glaube, das wäre sogar einfacher. Komm, das machen wir jetzt auch. Wir fahren wie hier auf diesen 0,5 Frames per Second Teil hier, alter. Also da, ja, früher da war echt mit dem, mit dem, ja, da war man noch nicht alles so Frames per Second geil, wie heute. Aber ich bin froh, wenn man ein bisschen 3D hatte. Oh, was, dein Spieler 3D? Ach, schön, ja, ich meinte, es hat 60 Frames per Second, das interessiert nur keinen, ja. So. Tja. Hauptsache, ich capture das Video mit 60 Frames per Second, das ist wichtig. Vielleicht hier unten, vielleicht ist hier noch irgendwas, was ich einfach übersehen habe, weil ich doof bin. Nö. Auch nicht wirklich. Zehn Bananen fehlen dem süßen Junkie noch. Wo könnten die sich befinden? Da unten vielleicht? Das gibt's ja nicht. Wegen zehn Bananen müssen wir da jetzt so herumgurken. Da brauchen wir zwei Folgen wegen zehn Bananen, das ist ja toll. Was für eine Freude. So. Moment, wir bleiben mal hier stehen. Hm. Nö. Also da ist mal nix. Ich bin doch mit Junkie überall schon herumgeschwommen. Ich meine, es waren da Waren Bananen, ja. Ah, drin sind ja hoffentlich keine, oder? Nee. Da waren Donkey Bananen. Ist hier vielleicht ein Ballon, dass wir da Wasser nach unten lassen müssen und dann den Ballon abknallen? Das wäre fies, wenn der nur erscheint, wenn das Wasser unten ist. Sollen wir das nochmal probieren? Ich meine, das probiere ich jetzt nochmal kurz. Das wäre richtig fies. Nee, aber ich glaube, wenn ich da das Wasser ablasse, das wird ja auch nicht so viel weniger da deshalb. Nein. Wir haben zwar jetzt etwas mehr Luft zum Atmen, aber nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hier noch was finden soll für Junkie. Aber ich will das Level auch nicht verlassen, bevor ich das nicht gefunden habe. Das ist ein bisschen mein Problem. So, kommt das Wasser bitte wieder nach oben. Und wir werden jetzt nochmal kurz Tiny uns schnappen. Damit wir für Tiny mal die letzten Bananen holen. Wo ist denn der Schalter? Da ist der Schalter nach oben bitte, ja. Weil Tiny kommt sonst nicht ran an die Bananen. Moment, stopp! Genau, rein da. Tiny! Vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir mit Tiny auch die letzten Bananen von Junkie irgendwo finden. Ich glaube ja fest daran, dass hier vielleicht was ist. Aber weißt du was, wir fliegen dann echt nachher mit Tiny mal kurz noch eine Runde herum. Hier, nachher dann. Wie gesagt, jetzt holen wir uns erstmal mit Tiny die letzten. Und vielleicht filmen wir es ja mit Didi. Zufällig, dass wir irgendwo zufällig den Ballon herumfliegen sehen, weil wie gesagt, ich glaube es ist ein Ballon. Oder hier vielleicht? Irgendwo hier beim Eingang? Das hätten wir ja wohl irgendwie gesehen, oder? Wie fies, dass doch hier alles versteckt ist. So, Tiny, holst du hier mal ein paar... Hat er nicht Münzen auch für dich? Bin ich jetzt doof? Bilde mir ein, hier waren mal Münzen für Tiny. Ah ja, doch, das sind wir auch. Oh, tut mir leid, Tiny. So, gut, wir haben alle Bananen für Tiny gesammelt. Kommt, die Münzen nehmen wir trotzdem mit. Ähm, ja. Hallo, Kamera, willkommen, dass du... Willkommen und schön, dass du der Party dieses Spiels beiwohnst, ja. Zack. Zack. Jetzt sind wir da genau drunter, das ist schön. Ach, und automatisch tauchen. Komm, geh doch einfach raus. Geh doch einfach raus. Ich glaube, wenn hier ein Ballon gewesen wäre, hätten wir 100%... Hm, 100% gesehen.